Yo, was geht ab? Ich bin Tom von YourGame und ich habe letztens mit meinen Stream-ZuschauerInnen Gardeck Phone gespielt. Welche unfassbaren Kunstwerke dabei rausgekommen sind, das seht ihr gleich. Ansonsten würde ich euch bitten, noch ein Abo da zu lassen auf dem Kanal hier, ein Like auf dem Video, falls es euch gefallen hat und schaut gerne auch bei den Streams vorbei, immer montags und mittwochs um 18 Uhr und jetzt bleibt mir nicht mehr viel übrig, als zu sagen, viel Spaß mit dem Video. Okay, dann starten wir die Runde. Aber die Mucke passt gerade gut dazu. Guck mal, man erkennt doch, dass ich das bin, oder? Ich glaube, der hieß Lumos. Ich hoffe, er hieß nicht Lumos. Guck mal, das ist doch ein 1-Arschloss. Das ist perfekt. Das sieht doch wunderschön aus, oder nicht? Das erkennt man doch, ihr wisst doch, das ist schön. Wir füllen mal so über den Himmel. Wir gehen jetzt richtig pragmatisch an. Passt mal auf. Das Bild rocke ich jetzt. Come on, das ist stark. Ey, das ist eine starke Toilette bislang, finde ich. Jetzt muss ich nur noch irgendwie so halbwegs einen Vogel hinkriegen. Ich mach mal so. Auch gut, dass ich den Platz des Bildes so ausnutze, oder? Ja, das ist doch 1A geworden. Perfekt. Das ist doch ein Gemälde, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was das da ist. Warum sind wir... Naja, das Bild Loki obszön. Okay, so. Alles klar. Ich versuche zu kochen jetzt. Das passt jetzt. Jetzt passt die Mucke wieder. Ich versuche zu kochen. Ich weiß nicht, ob ich das perspektivisch hinkriege. Bin ich early? Ich muss gucken, dass ich das irgendwie perspektivisch hinkriege. Aber ich bin jetzt im Kochmodus. Wir tragen heute mal ein grünes Shirt. Tragen ein grünes Shirt. Doch, pass auf, das wird was. Ich versuche zu kochen. Ja, ich habe ein bisschen zu wenig für den Kopf gelassen, zu wenig Platz. Ich muss auch noch Danja malen, ne? Ja, ich sehe jetzt ein bisschen cursed aus. Muss mich beeilen jetzt. Ich mache Danja zu einem Minecraft-Character. Ich muss mich... Oh, das schaffe ich niemals. Ein paar Sekunden später. Ich schaffe das nicht mehr. Ich habe... Ey, ich bin voll gut, Mann. Ich hatte einfach keine Zeit mehr für Danja. Jo, das geht ja ultra hard. Was war das gerade? Ey, aber ich war schon Loki... Ich war schon Loki stolz auf, dass ich diese Pose hingekriegt habe. Das war schon nicht schlecht. Okay, kochen jetzt. Boah, jetzt wird es spannend, ob ich mein Vogelnest richtig hinkriege. Ich bin richtig konzentriert gerade. Ist das nochmal ein bisschen größer? Ja, geht schon. Ist schon okay so. Machen wir hier unten nochmal so. Ey, come on. Das ist schon gut gerade. Ich finde, das ist schon... Also... Oh, der Bart, der Bart. Ne, der, finde ich, hat es jetzt kaputt gemacht. Ein Minecraft-Schaf auf einer atemberaubend schönen Wiese. Oh, stimmt. Das bin ich? Das bin ich? Ja, verdammt. Ja, okay. Okay, jetzt muss ich kochen. Ich habe jetzt schon vergessen, wie das Ding aussieht, ey. Ja, das ist nicht so gut. Ja, also, ist okay, würde ich sagen, oder? Komm, das hat hier oben noch so ein weißes Ding. Das finde ich ist top. Sieht schon aus wie ich, oder? Ich finde es toll. Ist super geworden. Sieht aber echt cursed aus, ein bisschen. Ich hätte wahrscheinlich noch ein bisschen schöner machen können. Das sieht aus wie... Max gibt Tom ein Glas voller Alypso. Tom und Max machen was. Was machen wir denn? Äh, wir nehmen ein Video auf. Pass auf. Ja, ich brauche ein bisschen mehr Tisch. Ich brauche ein bisschen mehr Tisch. So, jetzt sitzen wir hier. Ich habe was Blaues an. Oh, ich schaffe das in der Zeit doch safe wieder nicht, Mann. So, nein, 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 nein. So, ich muss das hier noch verbinden, weil ich glaube, dann kann ich es einfach füllen. Ich schaffe es nicht mehr, Max zu malen, glaube ich. Timing ist heute nicht drin bei mir. Okay, ich schaffe es gar nicht mehr, Max zu malen. Max muss ich jetzt sehr rudimentär malen. Max hat Gelb an. Lieblingsfarbe. Nein! 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 Ja, 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 ist okay, I guess. Hä, was ist das? Das sieht aus, als würde ich irgendwas, irgendwie eine Kanone abfeuern. Tom und Danja spielen Paintball. Ich weiß nicht, was das sonst ist. Ich pupse? Ich pupse! Auch Raw, ja. Tatsächlich Raw. Hier ist eine Straße. Hier machen wir dann so. Ja, wie ich aussehe. Das sieht aus, als hätte ich einen Hundehaufen auf den Kopf, aber passt schon. Jetzt muss ich noch Lena malen. Na! Ey, das ist okay, finde ich. Das ist okay, finde ich. Das finde ich okay. Das ist ganz okay geworden. Ja, Hälse werden überbewertet. Das finde ich ist okay geworden. Okay, wir sind durch. Wir gucken uns das jetzt direkt an. Tom fällt mal wieder beim Stream. Ja. Erstaunlich gut gezeichnet auch. Okay. Oh, das sieht aus, als würde da gleich das Pupsbild drauf werden. Das bin ich. In dem Umhang gestern wahrscheinlich nochmal. In einer Geistblase. Okay, ja. Tom in einer Seifenblase. Das ist auf jeden Fall über... Yo! Mr. Glob hat aber krank gekocht. Da falle ich ins Klo dann direkt. Yo, das sieht auch krass aus. Das sieht aus, als könntest du auf jeden Fall zeichnen. Ey! Ey! Wo kommt... Also hallo? Ich glaube, es geht los. Aber Junge, Mr. Glob. Yo! Gucken direkt weiter. Tom, wie er ein Glas Wasser trinkt. Das ist das bestimmt, wo Max mir gleich das Kalypso gibt, oder? Ja, das ist eskaliert. Tom trinkt Wasser. Ah ja, bist du ja durchgegangen? Bist du ja durchgegangen? Yo! Ultra gekocht auch. Ja, da werden jetzt Max und ich draus. Stay high rated, friends. Ja, my bad. Wie sagt man heutzutage in der Jugend? Schere. Das Ding würde ich nicht kaufen. Aber yo! Jesse krass gekocht auf jeden. Gucken wir uns das mal von Johanna an. Tom, das Minecraft schafft. Alter, Janine! Was geht? Sehr, sehr rudimentär. Aber auch das habe ich dann wahrscheinlich wieder versaut. Ja, das habe ich auch wieder versaut. Schere. Oh, das ist aber noch durchgegangen, oder? Ist das durchgegangen? Yo, Jesse wieder gekocht. Das ist durchgegangen, oder? Das ist durchgegangen! Wow. Gucken weiter. Alter, das ist auch durchgegangen? Das muss ja... Oh... Ja, das ist auch durchgegangen, oder? Dann ja aber auch gekocht. Sieht gut aus. Das ist raw. Yo! Hey, Leute. Ey, das ist voll gemein hier. Was soll das? Ja, das hatte ich dann. Guck. Also, krass gekocht, die Zeichnung hier wieder. Aber warum freut es mich so, dass ich Daniel ins Gesicht furze? Wir skippen das mal lieber schnell. Und du willst mehr Geld zu furzen, nicht tun. Ah ja, da weiß ich auch. Das ist das wahrscheinlich da, wo ich gleich... Ja, genau. Das ist jetzt hier der... Geld, please. Ja, Minecraft Tanja. Okay, ja. Also, von... Tanja und Tom auf der Gamescom... ...zu einem Dollar und einen Cent. Naja. Yo. Ultra Raw. Max und ich machen einfach YouTube-Play-Buttons kaputt. Tom und Max machen was. Ja, jetzt kommt meine schöne Zeichnung. Lol, hat jetzt noch jemand Tom und Max machen was geschrieben? Ah, okay. Ich dachte gerade. Ey, ich finde aber, man erkennt uns sogar, oder? Tom ist Hufflepuff, aber fliegt vom Besen. Meint ihr, da wird der Minion draus? Schöne Sache, Harry. Oh, oh. Ey, der ist aber strong gezeichnet. Bonbons lernen fliegen. Tom in Hogwarts. Oh, ja. Äh. Ja, fast. Alter, Janine hat wirklich einen wahnsinnigen Artstyle. Nein! Gescheitert. Leider gescheitert. Ey, aber der Satz ist wieder da. Tom auf dem Klo. Irgendwo muss auch gleich mein Vogel noch auftauchen, oder? Mr. Glob, wo hast du das Foto her? Ha! Khan sitzt mit Schmerzen auf dem Klo. Oh. Katja fällt ins Klo. Strong gezeichnet aber. Ein Kind wird in ein Loch geschmissen und schreit. Oh, da wird Lena draus gleich, oder? Ja. Ja, ja, ja. Komm, schmeiß Lena in ein Loch. Ja, geil. Das, komm, das ist durchgegangen, oder? Sehr strong erste Zeichnung. Harry Potter ist ein Minion und fliegt auf einem Besen. Der sieht geil aus. Harry Potter fliegt als Minion auf dem Besen. Ziemlich genau durchgegangen an der Stelle. Schade, dass das nicht der Ursprungssatz war. Yo, der geht auch hart. Ein Harry Potter Minion reitet einen Besen in Hogwarts. Mr. Glob, krank gekocht wieder. Was war der Ursprungssatz? Ein Minion. Minion als Harry Potter. Also, ist irgendwo schon durchgegangen, auf jeden Fall. Nächstes Album von Saskia. Tom klaut das Handy von Max. Yo, Max ultra wütend. Guckt euch den Mann an. Der ist richtig wütend. Ach, jetzt. Da steht, gib her. Da steht, gib her. Das lese ich ja jetzt erst. Ach so. Oh, da steht, gib her. Slay. Das geht ja in eine ganz andere Richtung. Yo, aber auch Slay. Wie sind da jetzt Daniel und Lena draus geworden? Hose 28. Okay. Ja, also auch nicht durchgegangen, leider. Überhaupt nicht durch. Das Bild hat sich hundertmal verändert. Ey, aber ich schwöre euch, ohne... Die Nase ist nicht so gut. Da hätte ich vielleicht mit einem etwas dunkleren Ton arbeiten können, wie der hier. Aber der Bart macht's extrem kaputt. Ein blau-gelber Vogel sitzt auf dem Klo. Da sind wir doch jetzt. Ja, strong. Jetzt kommt meiner. Aber nicht your game. Ey, wo ist abonniert your game hin? Aber strong gezeichnet auch. Ah, das geht durch, oder? Also der blau-gelbe wahrscheinlich nicht. Yo, Mr. Glopp wieder krank gekocht, ey. Mein Gott. Oh, auch stark. Und starke Ente auch. Ja, Lisa. Das üben wir nochmal. Lisa wirklich alles in Mario Kart geskillt, ne? Nix in Zeichnen. Aber yo, Mr. Glopp. Warum kann der Glopp-Star alles? So, Album von Danja. Ich glaub, das ist das letzte jetzt. Ah, von Danja kam das. Mr. Glopp wieder gekocht. Ja, cursed. Sehr cursed. Okay. Wir machen mal eine neue Runde. Und wir starten. Was machen wir mal? Wir machen mal... Komm, wenn wir da gerade eh schon drin sind im Thema... Dann machen wir das doch mal. Oh Gott, ich hab doch keine Ahnung von Taylor Swift. Och Mann. Ja. Ja. Ich mach jetzt Danja einfach. Mann. Ich hab doch keine Ahnung von Taylor Swift. Ne, das klappt diesmal gar... Das klappt nicht so gut da gerade mit den Zähnen. Ja, wir versuchen das einfach mal so. Passt schon. Ich hab Danja noch nicht mal zu Ende gemalt. Ah. Nein. Pink. Och Gott. Was? Tom als pinker Vogel in einem blau-gelben Korb. Fallgeist. Tom holt sich die Krone bei Fallgeist. Danke, Finja. Das hätte ich jetzt... Das hätte ich niemals erkannt. Pinke Menschen im verbotenen Wald. Ja. Tom isst ein Croissant und blickt den Eiffelturm an. Tom stiehlt Essen aus Max' Kühlschrank. Boah, okay. Ja. Ähm... Dann haben wir mal... So. Dann haben die hier so... So. Dann Max. Jetzt muss ich irgendwie so low-key-scheme gehen. Wie auch immer ich das zeichne. Ja, weiß ich nicht, wie ich das hier jetzt noch retten soll. Die Proportionen sind ein bisschen... Bisschen falsch geworden. Aber naja, was soll's. Ups. Ja, das sieht sehr cursed aus gerade. Den Pro... Den... Hier ist auch nix mit Trust the Process. Das ist einfach nicht gut. Oh. Ja, okay. I guess. So. Soll das Khan sein? Aber was hat der Hund da geklaut? Khan versucht ein rotes Tuch von einem Hund zurück zu ho... Nein! Vogelnest muss wieder gemalt werden. So. Khan überredet Tom zum Schummeln. You did Khan dirty mit dem Haar. Ey, was ist denn hier los? Warum ist das hier so... So raw alles? Ups. Dann machen wir erstmal das Essentielle. Oh, ich hab vergessen, wie stressig der... Der normale Modus von Dingens ist. Dann machen wir hier noch so Scratches. Das erkennt man, oder? Doch, hier, guck mal. Das erkennt man doch. Kunstwerk, sag ich da nur. Yo, das sieht aus wie... Khan schmeißt... Oder Tom lässt... Äh, Khan lässt Tom... Von der Hiffsplanke bringen. Lena und Tom tanzen. Okay. Also ich find's krass, dass ich mich nach... So vielen Runden, in denen ich jetzt mich zeichnen musste... Mich selbst immer noch echt so semi-gut zeichne. So. Machen hier noch so ne... So, jetzt müssen wir noch Lena zeichnen. Ja, doch ist eigentlich ganz okay geworden. Ich bin echt so gespannt. Was? Khan, Danja und Tom als Lebkuchenmänner, oder? Tom hat mal wieder Probleme. Ey, komm, jetzt wird's hier aber auch langsam, ne? Also, gemein seid ihr. Ah, der ist ein bisschen lang, ne? Boah, wenn's eins gibt, womit ich richtig schlecht umgehen kann bei so Zeichenzeug... Dann ist das immer damit, dass ich... Immer so übelst schlecht Proportionen und so zeichne. Warum male ich nicht einfach viel größer? Ich find's okay. Oh, ich bin sehr gespannt, was da jetzt bei rumkommt. Let's go, wir gehen direkt rein. Tom als Hogwarts-Schüler. Ja. Kann man erkennen. Leider nicht. Was mach ich auf der Errors-Tour? Ey. Taylor Swift singt Tom Ken Song nicht. Also, dass ich den Song von Taylor Swift nicht kenne, das ist schon ziemlich, ziemlich... accurate. Yo, das ist ja ultra-raw geworden. Also, was? Tom... Wer im Glashaus sitzt dann, ja? Firsichbäckchen, kann erkennen. Sehr gut. Oh, Spiel verwechselt. Oh, geht das noch durch? Ich glaub nicht. Wir können ja gerne mal zusammen Fall Guys spielen dann, ja. Können auch mal ohne Wäsche klammern. Gucken wir mal, wer jetzt... Wer dann endet das Video erst, wenn einer von uns eine Krono holt. Mal gucken, wer das als erstes wird. Tom knackt dir alle eine Million. Schön wär's. Bleiben wir noch ganz weit von entfernt. Max. Das war Claudio und nicht Kahn. Das war Claudio und nicht Kahn. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich mal gespannt. No, Insta nicht Shrek. Nein. No. Sehr, sehr specific dann, ja. Sehr, sehr specific. Yo, da bin ich ja ultra-baff. No. Nein, es ist nicht durchgegangen. Ey, das war strong. Das ist aber sehr strong gezeichnet. Recht, dass da mal wieder steht. Claudio und Tom... Oh no, ich weiß doch schon, was da jetzt... Was da jetzt draus passiert ist. Das ist das, wo Kahn mich jetzt gleich haut. Alter. Claudio aber schon sehr accurate gezeichnet. Claudio stark. Oh. Ach, das ist das geworden. Ist das das, wo meins jetzt kommt? Ja, wo wir uns anschreien. Auch wirklich gemein von Kahn, dass er Dovi sagt. Lol, auch einfach gleiche Wortwahl. Was geht? Auch strong gezeichnet. Das finde ich auch ein lustiger Artstyle. Das finde ich auch nice. Weiter geht's. Kahn benutzt Tom zum Schummeln. Ja, okay. Da wissen wir jetzt auch, wo das herkommt. Also basically einfach gleiches Bild wie gerade. Ah, ist auch strong gezeichnet. Tom isst in Paris ein Croissant. Da sind wir. Das habe ich gekriegt. Tom isst ein Croissant und blickt den Eiffelturm an. Let's go. Ja. Soweit durchgegangen. Tom isst ein Croissant neben dem Eiffelturm. Tom isst ein Gipfeli in Paris. Ach komm, niemand weiß doch, was Gipfeli ist, oder? Jo, okay. Okay. Ja, das ist nicht ganz durchgegangen, leider. Es hat lange gehalten. Schade. Aber wir kommen ja auch langsam zum Ende. No. Aber das ist auch nicht gut gezeichnet. Das ist auch nicht gut gezeichnet von mir. Jo, die Box ist aber gut gemalt. Daniel und Katja machen Karaoke-Abend. Daniel und Lena singen. Ja. Das ist absolut gar nicht durchgegangen, wenn wir uns das mal oben angucken. Ey, das ist aber strong. Das ist aber strong. Lö. Ursache 20. Tom und Daniel spielen Death to Impress. Ja. Ursache 20. Daniel und Tom spielen Dress. Ist es noch durchgegangen? No. Nein. Ab da geht es nicht mehr durch. Lena und Tom tanzen. Ja, das habe ich dann, glaube ich, gekriegt. Genau. Lena und Tom tanzen. Kahn und Tom haben ein Date. Max und Tom sitzen am Tisch mit einer gelben Blume. Zwei Lebkuchenmänner sitzen mit einer Blume auf der Bank. Also das, das läuft ja gerade alles gar nicht. Lebkuchen wachsen an einer Pflanze auf der Bank. Also die Runde war ja Chaos pur. Drei Lebkuchenmänner namens Tom, Kahn und Daniel sitzen auf einem Ei. Ja, das habe ich dann bekommen. Oha, Dinge, die niemals passieren würden. Dinge, die auch niemals passieren würden. Mit Schmackes. Ey, strong gezeichnet. Meisterwerk. Wir machen beide. Tom sucht Essen bei Kahn zu Hause. Ah, das wird bestimmt das Kühlschrank-Ding, oder? Ja, wir wissen alle, was da jetzt kommt. Stand da Essen? Upsi. Okay, das war's. Alles klar. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht heute. Falls ihr das Video von Freitag verpasst habt, guckt da gerne rein. Folgt gerne auch bei Insta und TikTok rein. Gerade bei Insta, da erfahrt ihr immer, wann ich live gehe. Und dann bleibt mir nicht mehr viel übrig, als zu sagen, Peace out, stay hydrated und ich wünsche euch noch einen Abend. Macht's gut, Friends. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.